Hallo und herzlich willkommen bei Commander Jensauer in der Garage bei einem neuen Panzerkunde mit dem Unikum. Jo, Panzerkunde mit dem Unikum war als letztes der M48 Patton und da es ja auch noch den M60 gibt, den es als Kampagnenpanzer zu gewinnen gab oder zu erspielen gab in der Clankampagne, haben wir uns überlegt, dass wir den ja eigentlich auch noch mit reinmachen müssen, weil der doch ein bisschen anders ist als der Patton. Aber ich sag mal, von der Mannschaft und von den Modulen ist er quasi gleich. Ergo, habe ich mir überlegt, ich habe keine Lust, das jetzt alles nochmal neu zu erklären, also spiele ich hier einfach nochmal das Video von dem Patton aus der Garage rein. Danach gehen wir über den Tankinspektor zum M60 und zu einem Gameplay vom M60. Also nicht wundern, jetzt kommt die Garagenaufnahme vom M48 Patton, aber Module und Mannschaft gleich. Also macht's gut, bis gleich. Ja, beim Patton, ich fange wie gehabt mit den Modulen an. Ja, Module, natürlich der vertikale Stabi, macht beim Medium generell Sinn. Annetzer natürlich auch und die Lüftung habe ich da in dem verbaut. Also im Prinzip eigentlich das klassische Setup. Genau, dann zu den Skills, ja, da der Kommandant natürlich wie gehabt sechste Sinn und die anderen Reparatur. Ja, beim zweiten Skill habe ich das ein bisschen anders gemacht, wie ich es sonst gemacht habe, weil der hat mich echt gestört, dass der immer so extrem oft aufgegangen ist, weil der echt nicht ganz so guten Tarnwert hat. Da habe ich beim Kommandanten Reparatur und beim Rest Tarnung. Okay. Bei das ist, glaube ich, genauso wie bei mir. War das merklich? Also hat das dein, ja, warst du danach nicht mehr so genervt, weil er dann nicht mehr so krass aufgegangen ist? Oder hat man es eher, ist eher ein psychologischer Aspekt gewesen? Ich sehe gerade, das sind die Kenntnisse nach einer VOT-Pause von meinen Panzern. Auf jeden Fall, ich sehe gerade, ich habe es genauso überall geskillt. Egal, nehmen wir das zurück. Ja, auf jeden Fall halt da Tarnung. Ja. Ja, dann als dritten Skill habe ich eben Waffenbruder überall. Und, ja, und dann kommen erst die spezifischen. Also, ja, da habe ich dann eben, beim Kommandanten habe ich da Tausendlasser, wobei man eben auch Speer nehmen kann. Aber ich habe das Speer nicht genommen, weil er schon so eine gute Sichtweite hat. Ja. Das ist auch so mit diesen Skills, Weitsicht und Speer, das haut jetzt nicht die Kilometer zusätzlich an Sicht raus, ne? Also das ist echt marginal. Fünf Meter oder was. Ja, eben. Naja. Ja, beim Richtschützen habe ich dann eine ruhige Hand als vierten Skill angefangen. Beim Fahrer habe ich, fahre irgendwie auf Schienen und beim Ladeschützen eben die sichere Lagerung. Ja. Ist der, ähm, Amorak, Amorak sensitiv oder geht das? Es geht, aber das ist halt der Ladeschützer, der hat halt irgendwie nicht so die coolen Skills jetzt, was man da irgendwie... Gut, okay, der Ladeschützer hat auch beim Petten, ähm, die Ladeschützer, das heißt, man könnte auch Weitsicht nehmen, was dann nochmal die Sichtweite erhöht. Aber das ist eben... Ja, wie gesagt, wir reden über 5 oder 10 Meter, also, ja. Alles klar, dann, ähm, schauen wir uns hier noch einfach mal im Tankinspektor an, würde ich vorschlagen. Machen wir. Gut, bis gleich. Bis gleich. Tankinspektor mit dem M60 und dem Bio, hallo Bio. Hallo. Ja, dann, ähm, erzähl uns doch mal was drüber. Ich, äh, bei mir war eben ganz, äh, verdutzt und, na, bestürzt nicht, sondern verdutzt und sagte, äh, das ist doch der Petten. Und da sagtest du, ja, ja, aber die Weiterentwicklung. Ja, steht ja auch im Text, der M60 ist die schwerwiegende Verbesserung des M48. Weißt du, wo drin die sich unterscheiden, der Petten und die weiterentwickelte Geschichte? Ähm, ja, das weiß ich. Und zwar ist es so, dass der M60 ein Ticken schneller ist, der fährt 48 kmh, während der, äh, M48, also der, ich sag mal, der normale Petten nur 45 kmh fährt. Okay. Ähm, ja, außerdem ist der M60, der ist ein, also der hat ein bisschen weniger PS pro Ton, also PS pro Gewicht, ähm, Gewichteinheit mit 16,21 im Vergleich zu 17,17, also 17,17. Ja, ein bisschen, aber, hm, bitte? Äh, ein bisschen nur, ja, hm. Ja, ja, genau. Der M60, der dreht sich ein bisschen schneller, mit 2 Grad mehr, also der dreht nicht 52 Grad die Sekunde, während der M48 sich nur mit 50 Grad die Sekunde dreht. Ähm, ja, außerdem dreht der M60 seinen Turm ein bisschen schneller, mit 42 Grad, im Gegensatz zu 40 Grad. Ähm, ja, was aber dann interessant ist, beziehungsweise sehr, äh, was das den M60 eigentlich ausmacht, ist, dass er ein bisschen eine bessere Kanone hat, und zwar die schiefen gleich schnell, haben demnach auch die gleiche Nachladezeit, aber der M60 ist genauer und zieht schneller ein. Also die Genauigkeit ist, äh, um 0,01 besser als im Vergleich zum M48, und die Aim-Time ist sogar um 0,20 besser als beim, ähm, M48. Ja, das heißt, dass er wahrscheinlich, ja, dann müsste er eigentlich besser, ja, snapshotten können, und mit der guten Gun-Depression wird das dann, ja, müsste er dann noch besser performen können, in den Ticken. Genau, ja, hat dafür dann aber eben ein bisschen weniger Panzerung, also, ja, vielweise auch wiegt ein bisschen weniger, dadurch natürlich, also, ist natürlich nur ganz minimal, aber, ja. Der MG-Port sieht ein bisschen anders aus als beim M48-Petten. Genau, ich finde ja, der hat er vom T49-Turm, äh, vom T49-Turm. Auf jeden Fall. Der Mini, obwohl vielleicht, vielleicht ist der T49 auch so klein, dass es der Original-Turm ist. Nein. Kann sich sein. Nein. Ähm, ja, der, der Turm ist natürlich weak spot, wie beim, wie beim, wie beim M48 eben auch. Es ist ja auch im Grunde genommen M48-Petten ist ja die Weiterentwicklung. Ähm, dann natürlich, der Turm ist natürlich auch echt nicht so gut gepanzert. Einzig, die Kanonenblende sollte man vielleicht meiden, weil, das ist, wie gesagt, immer, wenn die Farbe an sich geht, wieder Space Armor. Ja. Natürlich auch klar, jede Kanonenblende ist ja Space Armor. Ja. Ähm, ja, dann die obere Wanne, äh, die ist, äh, ja, auch nicht, nicht, nicht stark gepanzert, also, das Einzige, wo man vielleicht aufpassen muss, ist dieser grüne Balken. Da habe ich jetzt hier gerade Abpraller stehen. Ja. Ähm, ja gut, wenn man mal aus der Farbansicht rausgeht und von der Seite drauf guckt, dann sieht man auch warum, weil das ist echt krass angewinkelt. Mhm, ja. Ja, dann die untere Wanne, ähm, ja, Weichkäse, wie das immer so schön sagt. Ja. Ja. Alles irgendwie, also für... Aber gut, das sind ja auch nicht seine Stärken. Das ist ja kein E50, sondern das ist ja halt der, kann ja mit anderen Sachen punkten. Genau, richtig, genau. Seite wieder, Ketten, ja, können mittig keine Schüsse fressen, weil sie dort, äh, wie soll man sagen, äh, Löcher, Lücken haben. Oh. Oh. Hätte mir den M60 übrigens auch fast geholt, den konnte man ja mal gewinnen bei der Kampagne, da hatten wir ja mal ein Video drüber gemacht, das war ja das Eingangsvideos für Panzerkunde mit dem Unicom im Prinzip. Aber du hattest das Objekt 907 dann genommen, ne? Genau, ja, das war nicht. Erst war das Objekt 907, das hatte nämlich erst die Kanone, oder so eine ähnliche Kanone wie der T-54 und das auf T-10 ist halt echt nicht gut. Und da hab ich dann gesagt, okay, nehm ich den M60-Petten, aber dann haben sie das Objekt halt gebufft, verbessert und dann wurde es das Objekt. Na gut, vielleicht ergibt sich's ja nochmal, dass die sind ja meistens öfter mal in der, äh, für Clan-Mitglieder, den erfolgreichen Clans zu gewinnen, die Geschichten hier. Insofern, vielleicht gibt's die Chance ja nochmal. No. Okido, da würd ich sagen, äh, ja, schalten wir ins Gameplay, ne? Machen wir. Und ich sag, wie gehabt, bis zur nächsten Folge. Genau, bis denn. Tschüss. Bis dann. Da sind wir schon in-game. Und zwar in-game auf der Karte Hidden Village mit dem Fast Handy. Fast Handy. Oh Mann, auf was für den von Nutzernamen, die Leute manchmal kommen, da, ähm, ja gut. Ich meine, Commander Jensor hab ich mir nicht selber ausgedacht. Das war Dilkarin, ja? Also, ich hieß früher, äh, Camel987. Haha. Auch nicht viel besser. Tja. So ist das. Also, Fast Handy. Hidden Village. Was kann man in Hidden Village machen? Ähm, man kann ganz gut Panzer kaputt machen. Auf der ganzen Map. Vielleicht. Ja. Also, ich meine, wir müssen ja jetzt nicht mehr, äh, im, in jedem Video erklären, wo, wie, welche strategischen Gedanken sind. Hidden Village. In der Mitte kann man, ähm, in der Mitte kann man hingehen und spotten. Ähm, man kann in das, durchs kleine Dörfchen fahren. Das ist, äh, ja. Sehr schöne, äh, ich unterbreche kurz meinen Monolog. Sehr schöner Beitrag, äh, fort, ähm, äh, hier. Wir sehen irgendwie, wie angekündigt, Turm kann irgendwie was, äh, kann irgendwie was bouncen. Wenn, äh, weiß gar nicht. Warum hat der nicht auf den Tumor gezielt? Naja. Ähm, die Gun Depression. Die wunderbare Gun Depression. Das ist hier natürlich, ähm, schon mal, äh, sehr, sehr geil gezeigt. Und ihr könnt euch mal so, ähm, ich glaub, wir können's nicht so richtig, äh, können's nicht so richtig zeigen. Ähm, aber hier ist nicht viel mehr als der Turm zu sehen, da hinten auf den, äh, Tiger. Und was er hier macht, ist auch völlig, äh, völlig richtig, weil der Tiger kann sich da hinten natürlich im Wasser nicht so richtig bewegen, ne? Weil er irgendwie da, ähm, caught in the open sozusagen. Also am falschen, ähm, am falschen Ort zur falschen Zeit im Wasser dort hinten, dauergespottet, scheiße. Gar nicht richtig gut. Ähm, der Leo hier, ähm, ja, der bereut's wahrscheinlich auch zur Mitte gefahren zu sein. Was natürlich für den Fast Handy hier auch wieder sehr geil ist, ist, dass, äh, die Mates hier mitdrücken, ne? Guck mal, das gibt hier kein, äh, äh, der Leo kann nur ihn rausfokussieren, sondern der M48 Patton ist da, ähm, ja, das war vielleicht ein bisschen, äh, gesnapschottet, zu schnell geschossen. Den hätte er eigentlich verwandeln können. Ja, benutzen diese Hügelkuppe hier, um Gundown, äh, Hulldown, Hulldown zu gehen und, ähm, ja, machen dabei, äh, hier einen ordentlichen Job, kann man nicht anders sagen. Was sehen wir auf der Minimap? Die Echos zeigen uns irgendwie, im Städtchen ist noch einiges los. Ähm, er versucht nochmal hier oben irgendwie, na, der steht aber schlauerweise dahinter, logisch. Ähm, und kann hier, kann hier irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht genau, die Jungs fahren da hinten wahrscheinlich hinter dem Dörfchen irgendwie gerade so durch. Ähm, und stehen halt einfach mal, man muss sich überlegen, ne, wenn man da hinten im Dörfchen vorbeifährt, dann muss man sich einfach überlegen, verdammt nochmal, äh, hinter den, hinter den Häusern zu bleiben, weil man hier von hier oben offen ist. Und das ist ja, naja, ich glaube, das ist das, was, ähm, er kriegt ja mal Packung von jemandem, der nicht aufgeht. Zum Glück denkt der Centurion 7-1 mit und lässt ihn wieder zurück. Bei mir ist das immer so, dass die dann dahinter wie angewurzelt stehen, meine Alliierten, hä, wo will denn der Commander jetzt hin? Ich steh doch hier so schön. Und schwupp ist der Commander geplatzt, weil er nicht mehr zurückkommt. Also immer sehr, sehr schlecht, wenn die Mates nicht mitdenken. Aber eben hier haben sie mitgedacht. Man sieht jetzt auch hier sehr geil, wie ultra schnell die Munition fliegt von denen. Man muss hier selbst auf die Distanz überhaupt nicht richtig vorhalten. Und, ähm, die, ähm, die Kugeln fliegen fast genau da rein, ohne einen ganz kleinen Versatz. Ähm, also muss ganz wenig folgen. Ist auch in meiner Meinung nach, ähm, das Hauptproblem, wenn man, ähm, ich hab mich immer gefragt, ich fahr irgendwie am Abend 10 Tanks, versuch die zu doppeln und komm immer irgendwie erstmal mit allen nicht klar. So, aber was ist, äh, was ist eigentlich der Hauptgrund wahrscheinlich? Bei mir zumindest. Fahr ich Badchat, ja? Ja, dann weiß ich, hey, äh, die Badchat-Munition, oh, das ist nebenbei, äh, da hätte ich jetzt richtig Angst gehabt, dem Magaziner vor die Nase zu fahren, irgendwie relativ frei ohne Cover. Aber er hat Glück, dass der irgendwie gerade, ähm, im Nachladen ist. Also, mhm, mhm, das war eher glücklich. Da vom, vom 50, äh, 120 ist das, glaube ich. 50, 120, genau, vom 50, 120. Äh, erstmal ein Magazin zu schlucken, petten, mhm, auch nicht so geil. Ja, sehr geil. Die genaue Person, äh, genaue Kanone hier, sehr, 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 sehr schön. Also, wo war ich eben stehen geblieben? Äh, fahrt ihr die Badchat, fliegt die Munition, wisst ihr, wie ihr vorhalten müsst, wie ihr die Munition schießt, ähm, was die Panzerung aushält. Fahrt ihr, äh, ich komm nicht zum Erzählen meiner Geschichte. So, jetzt mach ich mal Stopp. Ähm, fahrt ihr ein T-62A oder ein Object 140, fliegt die Munition wieder anders, ja? Also, ihr spielt euch auf jeden Tanker in gewisser Weise ein, wie weit muss ich vorhalten, äh, was hält der Helm aus? E-50M, irgendwie fahr ich anders als ein Object 140. Und er ist recht anders als eine Badchat. Und das ist in meinen Augen, ähm, das Problem, dass man manchmal so, äh, wie sagt man, un, ähm, na, homogen, in, im, äh, inhomogen, inhomogen, unhomogen, keine Ahnung, auf jeden Fall, dass so die Leistung, die man so selber hat, da sagt man so, oh, ich spiele ja heute wieder einen Scheiß zusammen. Aber ich hab jetzt für mich rausgefunden, wenn ich richtig gut sein will, dann muss ich halt einfach beschließen, ich fahr heute Abend nur Badchat. Dann bin ich nach fünf Spielen wieder in der Badchat drin und dann läuft das richtig geil. Und dann hast du auch jedes Game über 2.000, 3.000 Schaden. Und, ähm, naja, zwei wäre jetzt nicht so viel, also sagen wir mal so in einer Region von 3.000 Schaden. Und wenn ihr aber ständig hin und her wechselt mit euren Tanks, ihr müsst es mal beobachten, also bei mir ist das so, äh, wenn man ständig hin und her wechselt, ist man auf keinem Tank richtig gut. Dann hast du die Badchat gedoppelt in drei Spielen, dann bist du jetzt gerade so ein bisschen wieder bei Badchat drin, dann kommt das Object 140, dann kannst du wieder, denkst du, oh Mann, ey, der schießt ja doch schneller oder langsamer oder... Naja, so an der Stelle, wo der Fast Handy hier steht, hier hätte ich was anderes gemacht. Hier hätte ich versucht, ähm, dem E100 von oben, von vorne durch die Ketten zu schießen, dass er dort stehen bleibt. Denn der, ähm, der Patton hat, äh, irgendwie eine, eine sehr geile Schussfolge und da hätte er dem vielleicht irgendwie, ha ha ha, hallo, hätte er den vielleicht irgendwie noch beglücken können. Hier weiß ich, oh nicht, hab ich jetzt nicht richtig aufgepasst. Wo, wusste er, dass der geladen, geladen hat oder hat er sich einfach gedacht, irgendwie, gib ihm. Oh, hier, denk ich mal, hier hab ich auch das erste Mal, als ich's wieder gesehen hab und gesagt hab, lad nach, lad nach, lad nach, lad nach, Ketten, 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 Ketten. Ja, war aber nicht. War aber nicht, ja. Hier hat er's jetzt, äh, komplett richtig versucht. Versuch, Schaden zu machen, ähm, und zu tracken. Aber beim JP E100 ist das, glaub ich, ähm, ach, ich bin mir nicht ganz sicher. Beim E100 von außen auf die Kette, äh, ha 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 ha, funktioniert's ganz gut. Alter, hier sind die Überraschungsmomente. Da denkst du dir so, ja, ähm, äh, ich, äh, orientier mich mal, komm ich da durch zum JP E100 und, ähm, dann kommt dein E100 um die Ecke rum gewackelt. Ja, das sind auch mal so die Momente, wo mir irgendwie's Herz geht. Boah, lucky you, ey, der zweite. Ähm, wo ist der bei uns, ähm, der ist alt von vorhin? Hm. Hm, hm, hm. Oh. Hm, hm, das war, das war eben, naja, gut, ich meine, was, er musste da irgendwie aus der, aus der Situation rauskommen. Er kann's nicht mit dem E100 da, äh, Pikabu spielen, äh, ja. Jetzt kommt vom ganzen Replay meine Lieblingsszene. Ich freu mich immer so, wenn ich es schaffe, irgendwie, äh, jemand getrackt zu halten, wenn mein Reload schneller ist als der von dem. Hab ich neulich, war total geil, kam nen, äh, T30 über ne Bergkupe rüber, ich mit dem Batchett, gerade nachgeladen. Und ich so, boah, Kettenrat, ich hab alle fünf Schuss in den T30, der voll war, und nachher nicht mehr. Ohohohoho. Alter. Mal eh, uch, ist das ne sportliche Schmache, ey. Aber vom JP in 100, äh, das hätte auch in die Hose gehen können. Das hätte, naja, du hättest das noch ausgelten, aber das hätte mal ordentlich in die Hose gehen können. Ähm, so, Gold ist durchgeladen, würde ich auch machen, völlig d'accord. Scheiß auf irgendwie Goldnoob und so nen Dreckmist, wenn nen JP in 100 irgendwie kacke steht, Holddown oder wat auch immer, Gold rein, äh, los, krach aus. Joa, wir sehen's, äh, wartet mal, ähm, wir sehen's so in der Perspektive, die er hatte nicht, aber auf der Minimap sieht man's. Dort kommt dein Sneaky E-75 an. Ja, der, aber gut, was soll's, du musst, ähm, zusehen, dass du, ähm, die, die größere Gefahr irgendwie als erstes wegmachst. Und deswegen, er hat auch noch ein paar Hitpoints übrig. Zack, schnell geflüchtet. Ohohohoho, ja, und jetzt hat der auch noch verschossen. Ich weiß es nicht. Schnell geflüchtet und dem E-75 von der Seite den letzten Schuss verpasst. Das war auch damit der letzte Gegner. Also, das an der Ecke hier hat mir sehr gut gefallen, sehr schön reagiert, eine gute Portion Lack auch mit dabei gewesen, logisch, weil eine JP-E100 mit einem Turm vom Patton gebounced, 300-Penetration, passiert schon mal, aber könnt ihr euch nicht drauf verlassen. Aber ich meine, guck mal, der Winkel war auch optimal, der hat wahrscheinlich so drauf geschossen, ein Stück, also wenn der hierhin geschossen hätte oder sowas oder dahin, dann hätte er wahrscheinlich durch gewesen, aber war er nicht, ist er nicht, war er nicht, also RNG auf seiner Seite, er hat noch 1000 Hitpoints übrig, er hätte also die Sache durchaus noch aggressiver fahren können, ich wüsste jetzt aber gar nicht, an welcher Ecke hier er noch hätte aggressiver fahren sollen, war jetzt nur so ein Spruch. Auch, ihr wisst ja, der, ich hab schon wieder seinen Namen vergessen, hier der beste Spieler, der Thomas D., Thomas V., Thomas, Thomas, glaube ich, Thomas, Thomas D., der beste Spieler Europas, der hatte mal den schlauen Spruch geprägt, der mich irgendwie auch sehr beeinflusst hat und der hat gesagt, wenn du zum Ende des Games noch die Hälfte deines Lebens übrig hast, dann hast du nicht aggressiv genug gespielt, denn dann hättest du dir in manchen Situationen noch einen fangen können und noch einen austeilen können. Und, ähm, insofern, das hab ich auch immer so im Hinterkopf, dass ich sage, wenn's so in das letzte Drittel des Games geht, setze ich durchaus meine Hitpoints ein und, ähm, setze die aufs Spiel, nehme in Kauf, dass ich mir einen fange, um noch einen ausfallen zu können. Das, ähm, ist besonders halt bei so'n, ähm, Tanks wie dem E100 zum Beispiel, wo du, pah, gut, schlecht, ja, sagen wir mal so, bei Tanks, die langsamer reloaden als du, da kannst du halt dir einen fangen und zweimal schießen. Zum Beispiel beim Object 140. Object 140 gegen einen Tank, der etwas länger lädt, da kannst du halt eben zweimal schießen, wenn der einmal schießt. Und insofern ist es ein guter Trade. Jetzt aber, ähm, ich komm schon wieder ins Labern, ähm, gehen wir jetzt mal einfach in die Gefechtsauswertung. Würde, tätig sagen zu wollen, zu würden. Bis gleich. Battle Statistics, klar, es war ein Win, das haben wir gesehen, gemastert hat er das Ding, äh, GZ dazu, 118.000 Credits brutto, 2300 XP hat er bekommen. Das ist schon mal ein ordentlicher Wert, ordentlicher Wert, ähm, klar, High-Kaliber war anzunehmen, Denker, Sniper, äh, und Top Gun, aber jetzt kommt das, äh, denke ich eigentlich, hohohoho, krass. Ich find das immer krass, wenn du mit dem Mate 10.000 Schaden machst. Ich meine, 10.000, da musst du mit dem JP eher ein 100 schon 10 Mal treffen. 10.000 Schaden, das ist einfach, äh, 10.000 Schaden ist einfach fett. Das ist einfach fett. Jo, warum hat das beim Gegner nicht geklappt? Ich hab das jetzt so gesamtsituativ nicht so beobachtet. Ich sag mal, die Mitte haben sie ganz gut gehalten, ähm, das Dörfchen haben sie ganz gut, ähm, fertig gemacht und ansonsten müssen die Jungs wohl, äh, an der rechten Flanke auch ordentlich gearbeitet haben. Denn, ich sag mal, ähm, ja, ja, das sind halt, äh, relativ viele mit einem guten Durchschnitt, also mit einem ordentlichen Durchschnittsschaden. Also, sagen wir mal so, äh, naja, gut, 1.000, Zenturion mit 1.000, Waffenträger mit 1.000, na, 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 na. Okay, bringen wir's mal auf den Punkt, der Fast Handy hat es eigentlich gerissen, weil er mit seinen 10.000 das kompensiert hat, was die anderen nicht gerissen haben. So, jetzt ist es raus. Ähm, Detailed Report. Er hat 2.000 geblockt, naja, da ist natürlich der JP eh ein 100-Schuss dabei gewesen, ne, mit 1.000, ich weiß nicht, was dann da so zählt, aber ich würd' sagen mal 1.040 Alpha oder was hat der irgendwie? Ähm, 2.000 geblockt, auch ordentlich mit dem Petten, glaub ich. Ähm, vor allen Dingen, ja, das war schon lucky. Das war schon lucky. Ja, ein sehr ordentliches, äh, Game, hat mir Spaß gemacht zu kommentieren, besonders das Ende fand ich sehr gut, weil er dort wirklich irgendwie, äh, sehr gut, äh, taktisch sich orientiert hat, sich die Gegner ferngehalten hat, die unwichtigen Gegner ignoriert hat, die wichtigen bekämpft hat. War schon, war schon ordentlich, war schon ordentlich. Sind wir fertig, wa? Ich hab, ein Anliegen hab ich mal noch. Ähm, ich hab mir mal überlegt, ich würde ganz gerne, ähm, oder, ich, wozu hat man einen Facebook-Account? Ich hab ja Commander Jensor jetzt auch bei, oder schon immer bei Facebook. Ähm. Spielt's ne Rolle? Wie viele Likes man da hat? Ich hab da kaum Likes. Ich hab irgendwie über zweieinhalbtausend Abonnenten und hab bei Facebook keinen Like. Denkt mir auch so. Hm. Da musst du was gegen tun! Ich möchte, jeder, der dieses Video guckt und Bock dazu hat, der könnte doch mal, ich, in der Videobeschreibung verlinke ich das, aber ihr könnt auch einfach bei Facebook nach Commander Jensor suchen, da findet ihr mich. Liked doch einfach mal mein Facebook-Account. Sagt man, glaub ich, nicht so, liked doch mal mein Facebook-Account. Ich brauch eure Likes, Likes auf Facebook, ich glaub, so sagt man. Ja, jo, man, ich brauch deine Likes auf Facebook, man, jo. Ja, insofern, nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat, positiv bewerten oder auch an meine Hater. Ey, ihr seid echt zuverlässig im letzten Video. Sieben Mal habt ihr auf negativ ist scheiße Commander geklickt. Find ich gut, mich stört das nicht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Aber trotzdem, alle, die das doof finden, dass gehatet wird, die klicken doch mal bitte auf positiv bewerten. Dann werden wir die Hater jetzt mal prozentual fertig machen.